Ohne Stadtkapital, ohne Erfahrung, ohne viel Arbeit, vom Handy aus, 10.000 Euro und mehr pro Monat verdienen. Wenn du das schon mal gehört hast und dich vielleicht interessierst, dann bist du hier falsch. Aber du bist auch richtig, weil ich möchte heute mal Geschäftsideen für Anfänger unter die Lupe nehmen, welche Ideen von Airbnb, Affiliate Website, YouTube Kanal für Anfänger wirklich geeignet sind. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir wurden für den Finanzblog Award 2023 nominiert. Wenn dir diese Videos gefallen, freuen wir uns sehr über ein Voting für den Geldschnurrbart.de, YouTube Kanal und Blog unten verlinkt. Vielen Dank. Dann bleiben bis zum Ende lohnt sich. Wir verlosen den Gewinner des Rente mit 40 Buchs aus den letzten Kommentaren und eine letzte Geschäftsidee, die so eine kleine Abkürzung für all diese Ideen sein kann. Viel Spaß im Video. Ich habe mein erstes Gewerbe mit 15 angemeldet. Die Eltern mussten noch unterschreiben, habe hier Webseiten erstellt und habe über die Jahre viele Ideen umgesetzt. Vor allem die letzten vier Jahre in der Vollzeit-Selbstständigkeit viele Unternehmer kennengelernt und Einblicke bekommen, was denn wirklich die echten Zahlen hinter vermeintlich tollen Business-Ideen sind. Geschäftsidee Nummer 1. Du kannst Snack-Automaten kaufen, mieten und dann vor Schulen oder anderen Plätzen aufstellen und deine Waren mit ein bisschen Aufschlag verkaufen. Gebrauchte Automaten gibt es ab rund 5000 Euro und neu können die bis zu 15.000 Euro, je nach Ausstattung kosten. Du musst hier nicht ständig vorbeirennen, sondern heute gibt es Telemetrie-Module, dass du siehst online, wie viel Bestand noch drin ist, wann wieder aufgefüllt werden muss und wie deine Verkaufszahlen sind. Ihr kauft dann bei einem Online-Großhändler eure Waren und befüllt die Automaten. Betreibt ihr selbst ein Airbnb, was wir später noch sehen, dann könnt ihr zum Beispiel auch so ein Mini-Automat in eure Airbnb-Wohnung stellen. Viele Leute berichten über ihre Zahlen und Erfahrungen mit den Automaten. In der ersten Woche 3.100 Euro Umsatz, 50% davon waren Wareneinsatz, 800 Euro für die Miete, 270 Euro für Strom, 60 Euro für das Telemetrie- und EC-Kartenmodul, 100 Euro für Versicherung, bleibt in der ersten Woche ein Gewinn von 320 Euro und nach vier Wochen, wenn die Kosten ja schon bezahlt sind, kann gut was hängen bleiben. Als Geschäftsidee für Anfänger würde ich das Ganze als Mittel bewerten. Es ist organisatorisch ein größerer Aufwand, überhaupt eine geeignete Fläche zu finden, dann zu organisieren, dass jemand das befüllt, braucht also wieder viel eure Zeit. Als nächstes die Idee, deine Dienstleistung auf einer Plattform wie Fiverr anzubieten. Beispielsweise, du arbeitest als 3D-Artist sowieso, kennst dich gut aus, sowas wird extrem nachgefragt und dann ist es ein leichtes, deinen Service auf einer Plattform anzubieten. Ebenfalls kannst du durch heutige AI-Tools einige von diesen Dienstleistern ablösen. Es wird zum Beispiel hier angeboten, eine Website zu erstellen. Heute kannst du aber mit Tools wie Durable.co oder 10web.io innerhalb von wenigen Klicks eine Wettbewerbeseite nachbauen oder mit AI dir deine ganz eigene Website erstellen lassen und das natürlich auch für Kunden. Und diese Informationslücke, weil es noch nicht bei allen angekommen ist, kannst du ausnutzen und diesen Service auf Fiverr anbieten. Du kannst ohne Kosten starten, jeder kann sich ein Profil anlegen und vielleicht hast du eine Fähigkeit, die du sowieso lernen möchtest. Dann kannst du auch mit deinen ersten Kunden für einen ganz niedrigen Preis ihr Erfahrungen sammeln und dich dann für dein Lernen bezahlen lassen. Nächste Geschäftsidee Dropshipping bedeutet, du verkaufst über deine Website Produkte von jemand anders und bekommst einen Teil vom Gewinn. Du brauchst kein eigenes Lager, sondern reichst die Bestellung einfach weiter. Ein Beispiel, wo ich die echten Zahlen kenne, ist mein Kumpel Chris, der einen erfolgreichen Online-Shop über CBD-Produkte via Dropshipping oder Affiliate verkauft. Das Problem dabei, ihr müsst euch sehr gut mit Werbung auskennen oder was Chris komplett macht, ihr müsst euch gut mit SEO, Suchmaschinenoptimierung auskennen. Ihr müsst schaffen, dass nachher euer Shop, eure Website bei Google möglichst oben gelistet wird und damit viele Besucher den Blog erreichen. Bei Chris sind es über 50.000 Besucher monatlich und Umsätze, die sind jenseits von gut und böse. Nachteil, ihr habt eine nur kleine Marge, 10-20% sind hier realistisch, aber so ist es möglich als One-Woman-Man-Show mit vielleicht noch einem Texter einen Shop zu kreieren, der ohne eigene Produkte 30.000, 40.000 Euro monatlich an Gewinn bringt. Weiterer Vorteil auch, ihr könnt das Ganze skalieren. Wenn dich das Thema Online-Shops interessiert, ich habe dir unten die Liste von Chris verlinkt. Dropshipping, daher die Bewertung Mittel, weil ihr Wissen braucht, könnt ihr euch natürlich aneignen. Nächste Geschäftsidee, Airbnb-Vermietung. Wie funktioniert das Ganze? Ihr habt entweder selbst eine Wohnung oder mietet euch eine Wohnung und bietet diese dann über eine Plattform wie zum Beispiel Airbnb an Urlauber, Touristen an und könnt dadurch natürlich viel höhere Preise erzielen, als wenn die ganz normal vermietet werden würden. Stadtkapital ist überschaubar, ihr müsst sie nett einrichten, Kaution, Miete und so weiter natürlich vorstrecken. Aufwendiger wird es bei den sich ständig ändernden Gesetzesverordnungen. Wo darf ich es machen? Wie darf ich es machen? Hierfür auch das Video. Sie macht Airbnb-Vermietung und hat mal so berichtet von den Herausforderungen und wie das Ganze so abläuft. Ich bewerte die Idee mit Mittel für Anfänger. Man kann das mal ausprobieren, aber es ist schon ein großer Aufwand, sich hier wirklich einzuarbeiten. Nächste Idee, Hochzeitsfotograf. Ihr könnt hier hohe Preise verlangen, hohe Margen. Nachteil, ihr seid termingebunden, müsst häufig am Wochenende durcharbeiten und könnt das Ganze auch schlecht an Mitarbeiter delegieren, weil die Leute dann euch buchen wollen. Vorteil, ihr könnt es von Null starten. Ich kenne einige Hochzeitsfotografen und ihre ganzen Kunden bekommen sie zum Beispiel über Instagram, muss aber auch erst mal sich ein Ruf hier aufgebaut werden. Auch natürlich ein großer Stress. Es darf nichts schief gehen. Ihr könnt nicht sagen, ah, Fotobelichtung war schlecht. Lass mal das Ganze wiederholen am nächsten Tag. Also hoher Stress, hohe Konzentration. Wegen der fehlenden Skalierbarkeit würde ich die Idee für Anfänger als Mittel bezeichnen. Nächste Geschäftsidee, einen Online-Kurs zu erstellen. Mein Dad, frisch in Rente, mag Jazz Piano und hat sich dann einfach bei Digistore einen Jazz Piano Kurs für 400 Euro gekauft. Freunde von mir machen mit Videokursen 30, 40, 50.000 Euro monatlich über Gehaltsverhandlungen, übers Auswandern, über Fitness. Ganz einfach starten kannst du auf Plattformen wie Udemy. Die Preise auf Udemy sind allerdings sehr gering. Noch besser ist es, wenn ihr natürlich selbst auf eurer Webseite hier einen Kurs vermarkten könnt. Dafür könnt ihr Anbieter wie zum Beispiel Elo-Page nutzen. Sie übernehmen die Zahlungsabwicklung, Rechnungserstellung und so weiter. Für Anfänger ist die Geschäftsidee meiner Meinung nach sehr gut, weil skalierbar, wie auch bei dem anderen Website-Business, egal wie viele Besucher, wie viele Käufer, ich kann das immer noch handeln als eine Person. Ihr müsst natürlich am Anfang Aufwand reinstecken, aber vielleicht könnt ihr ja schon was, worüber sich ein Kurs machen lässt. Nächste Geschäftsidee, Amazon FBA, Fulfillment by Amazon. Bedeutet, ihr bestellt zum Beispiel in China bei AliExpress ein Produkt, dann lasst ihr das ins Lager von Amazon senden. Wir haben das Ganze mit einer Agentur gemacht, die diesen Laptoptisch hier entwickelt hat. Nach drei Jahren haben wir das Ganze aber beendet, weil Projekt einfach immer noch nicht fertig und sind nachher mit einem Verlust ausgestiegen. Problem, wenn ihr es selber machen wollt, ihr müsst euch wirklich stark einarbeiten, weil mittlerweile sind die gängigen Produkte mit Potenzial gut vom Wettbewerb besetzt. Auch ist es gar nicht so kapitalarm. Ihr müsst am Anfang die Ware vorfinanzieren. Das Ganze muss aus China verschifft oder mit dem Flugzeug transportiert werden. Transportkosten, Lagerkosten bei Amazon, die monatlich anfangen, müsst ihr alles einkalkulieren. Bewertung mittel. Nächste Geschäftsidee, einen YouTube-Kanal starten. Das könnt ihr auf zwei Arten machen. Euer Gesicht zeigen oder sogar nicht euer Gesicht zeigen. Ein Beispiel ist das Interview hier, der über 5000 Euro jeden Monat verdient mit YouTube-Videos, die er dreht, wo er bespricht, aber nie sein Gesicht zeigt. Die andere Möglichkeit, ihr zeigt euer Gesicht. Euer Kanal wird wahrscheinlich schneller vorankommen, je nach Nische. Und heute gibt es tolle AI-Tools wie Opus Pro, wo ihr ein fertiges YouTube-Video nehmen könnt und per Klick Kurzvideos im Hochformat bekommt, die ihr dann automatisiert über andere Tools wie Repurpose.io auf den anderen Plattformen wie TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels, Instagram Reels posten könnt, sodass ihr viel mehr Reichweite für euren Kanal bekommt. Dadurch, dass es so skalierbar ist, große Kanäle verdienen Unsummen von Geld. Trotzdem sitzt nur einer vor der Kamera. Sehr gut als Anfänger-Idee zum Starten. Nächste Geschäftsidee, ein Fitnessstudio eröffnen. Fitnessstudios müssen Geld ohne Ende machen, weil die meisten gehen sowieso nach Januar nicht mehr hin. Aber meiner Meinung nach eine super schlechte Geschäftsidee für Anfänger. Hohes Risiko, großes Stadtkapital und ihr seid komplett abhängig von der Lage eures Studios. Schon besser wird die nächste Geschäftsidee, nämlich Fitnesscoach. Hier natürlich der Nachteil, ihr könnt nicht unbegrenzt viele Leute trainieren. Auch ihr habt nicht mehr als 24 Stunden. Besser wird das Ganze natürlich, wenn ihr das als Online-Videokurs anbietet. Dann ist egal, wie viele Leute das buchen. Ein Beispiel hier das Interview, wo sie Fitness-Training gibt und gemeinsam vermarkten sie diesen ganzen Kurs. Durch diesen Kurs kann die Familie komplett unabhängig in der Welt herumreisen und gleichzeitig ihr Business machen. Bei Fitnesscoaching, wenn ihr es als Online-Kurs macht, die Bewertung Mittel. Nächste Geschäftsidee, SaaS, Software-as-a-Service-Business. Ihr entwickelt einmal eine Software und bekommt jeden Monat Geld von Leuten, die dieses Tool oder Software nutzen. Das Ganze ist natürlich extrem skalierbar, egal wie viele Leute so eine Webseite nutzen, ihr könnt es liefern. Da die laufenden Kosten meist sehr gering sind, einfach nur Serverbetrieb. Aber zu Beginn muss natürlich diese Software einmal entwickelt sein. Oft könnt ihr auch einfach nur eine Idee haben, die auf einer anderen Software basiert. Beispielsweise diese Seite, wo ich einfach mal aus Spaß ein Fotoshooting von mir selbst gemacht habe. Hier lädt man 20 Selfies von sich hoch. Die AI oder dieser Service erstellt professionelle Fotos. Dieses Ganze funktioniert natürlich auch nur so, dass dieser Service sich andockt an einen bestehenden, zum Beispiel mit Journey oder eine andere KI, die Bilder erzeugen kann. Damit ist hier der Aufwand entwicklungstechnisch überhaupt nicht groß. Anders sieht es aus, wenn ihr den Traum von einer App habt. Da muss ich euch enttäuschen. Eine App zu entwickeln ist ein deutlich größerer Aufwand. Wir haben die Monetas-App, die Haushaltsbuch-App entwickelt. Das war damals ein Backend-Entwickler, ein Frontend für iOS, ein Frontend-Entwickler für die Android-Version und einen Grafiker. Und das Ganze dauert auch ruhig mal ein paar Monate oder Jahre. Software as a Service, daher super genial, aber als Anfängergeschäftsidee absolut schlecht. Eine viel bessere Geschäftsidee für Anfänger, Social Media Agentur. Du schaltest zum Beispiel Facebook, Instagram, Werbung für Firmen, die das nicht selbst machen wollen, weil sie mehr Kunden möchten oder weil sie neue Mitarbeiter finden wollen. Viele können das nicht und du kannst hier wirklich 10.000 Euro oder mehr monatlich verdienen. Auch hast du hohe Margen. Das Ganze ist skalierbar. Du kannst Mitarbeiter einstellen, eigene Aufgaben an diese delegieren und kannst dann nicht nur einen Kunden betreuen, sondern immer mehr. Wenn du dich da ein bisschen einarbeitest in KI-Tools und was es so gibt, kannst du hier extrem schnell deine ersten Kunden finden. Social Media Agentur, Social Media Posts oder Copywriting oder Werbung schalten. Auf jeden Fall für Anfänger gut geeignet. Nächste Geschäftsidee, Webdesign. Auch das eine super Fähigkeit, die viele Firmen nachfragen. Es gibt vielleicht nur große Agenturen, wo es ab 5.000 Euro losgeht. Du kannst dich hier rein sneaken und zum Beispiel für weniger Geld das Ganze anbieten, indem du Vorlagen nutzt, WordPress-Themes, noch Zusatz-Services anbietest. Du machst einen Kurs und lernst SEO, braucht natürlich auch wieder Erfahrung und Experimentierfreude. Aber wenn du dich hier auskennst, kannst du immer mehr Kunden gewinnen. Auch ist so ein Job natürlich wieder nur mit Laptop machbar. Das heißt, wenn du gerne reist, kannst du sowas von überall auf der Welt machen. Du kannst Mitarbeiter anstellen, auch wieder auf der ganzen Welt die einzelne Teilbereiche für dich übernehmen. Nächste Idee, Hausmeister-Gattenservice. Hecke schneiden von Wohnanlagen oder die Einfahrt kehren im Winter-Winterdienst machen. Gefragter denn je. Immer weniger wollen es machen. Du hast meistens auch langjährige Pflegeverträge. Allerdings für die Skalierung brauchst du Mitarbeiter. Du brauchst am Anfang Equipment, Fahrzeug und es ist sehr von deiner Zeit abhängig, wenn du es nicht von Anfang an mit anderen Leuten machst. Daher für Anfänger schlecht. Nächste Idee, du gründest eine Klamottenmarke. Inspiriert vielleicht von Nico hier aus Stuttgart in Scope 21 mit Olakala, deren Modemarke. Sie haben aber mittlerweile 50 Mitarbeiter, eigene Produktion und haben den riesen Vorteil, dass sie natürlich über ihre Bekanntheit schon eine große Reichweite für das Marketing der Produkte haben. Zwar kannst du das Ganze natürlich auch wieder als Print-on-Demand machen, zum Beispiel Merch bei Amazon. Du erstellst nur ein Logo, eine Vorlage für ein T-Shirt, ein Hoodie. Amazon kümmert sich um den Rest. Jemand, der das Ganze perfektioniert hat, ist Homo Ökonomicus. Also Aaron schaut dort an dieser Stelle. Falls euch sein Business der T-Shirt-Designs verkauft im großen Stil, falls euch ein Interview mit ihm mal interessieren würde, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten die Klamottenmarke wegen diesem großen Kapitalbedarf zu Beginn für Anfänger nicht geeignet. Bevor noch die beste und schlechteste Geschäftsidee gleich folgt, lass doch gerne ein Like und Abo da, falls du es noch nicht gemacht hast. Und falls du den Kanal und uns unterstützen möchtest, freue ich natürlich, wenn du unsere Affiliate-Links in der Beschreibung nutzt. Nächste Geschäftsidee, deine eigene Website und Affiliate-Einnahmen. Affiliate, wer es noch nicht kennt, bedeutet einfach nur die Empfehlung von Freund zu Freund, wie im echten Leben. So geht es auch im Internet. Ich empfehle ein Produkt, platziere hier einen speziellen Affiliate-Link. Das bewirkt, dass nachher, wenn dieses Produkt gekauft wird, ich eine Provision dafür bekomme. Beste funktioniert das Ganze natürlich, wenn du eine eigene Website dir erstellst, da über deine Nische berichtest. Die Nischen sind wirklich extrem offen, was das Thema angeht. Wir haben mittlerweile Teilnehmer, die eine Website über Teigtaschen gemacht haben, Optionshandel, Reisen, Remote-Arbeit. In all diesen Themen kannst du Affiliate-Links platzieren. Du bekommst Anfragen für Kooperationen. Leute zahlen dir sogar Geld, wenn sie nur auf deiner Website eingebunden werden. Du hast Themen wie VGWatt, wo du jährlich 45 Euro für einen Blogartikel erhältst. Und du kannst das Ganze auch sogar ohne Website starten. Beispielsweise meldest du dich hier bei Tarifcheck fürs Partnerprogramm an. Und dann suchst du dir etwas aus, wie zum Beispiel Gas-Stromwechsel oder einen Kreditkarten-Link. Dieser ist dann personalisiert auf dich. Und den kannst du jetzt in deinem WhatsApp-Status, in deiner Instagram-Story oder wo auch immer posten. Wenn die über diesen Link dann hier etwas abschließen, erhältst du deine erste Affiliate-Provision. Für mich die beste Geschäftsidee vor allem für Anfänger. Ohne Stadtkapital könnt ihr starten. Und nach oben ist alles möglich. Die nächste Geschäftsidee, Network Marketing MLM. Ich bin rei! Der Hammer! Because you get to be your own boss, earn extra money. Schaut euch einfach Dokus auf YouTube an zu den ganzen Schneeballsystemen. Kein seriöses Geschäftsmodell, Finger weg. Jetzt noch was Interessantes, was immer geht. Ein bestehendes Geschäft übernehmen. Das kann entweder eine Webseite sein, die schon online ist, die vielleicht schon Einnahmen hat. Auf Plattformen wie mabia.de oder ihr könnt ein Unternehmen übernehmen oder einen kleinen Betrieb, der einfach keinen Nachfolger findet. Ein Beispiel ist die Webseite nextchange.org vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimastutz. Hier einfach mal eingegeben Baden-Württemberg, Stuttgart. Und ich sehe Angebote von einem Trockenbauunternehmen, das zum Kauf steht. Ein Heizungsbetrieb, der einen Nachfolger sucht. Oder ein bereits etabliertes Café im Stuttgarter Westen. Unabhängig von den Geschäftsideen ist die Übernahme von einem bestehenden, laufenden Geschäft auch eine sehr interessante Möglichkeit. Das ist natürlich mehr Risiko, aber hat dann auch den Vorteil, dass ihr nicht bei Null startet, sondern bei einem bestehenden Konzept aufsatteln könnt. Welche von diesen Ideen findest denn du am besten? Schreib es gerne mal in den Kommentaren, freut mich immer. Jetzt wählen wir noch den Gewinner von einem Exemplar Rente mit 40 aus allen Kommentaren des letzten Videos. Falls du beim nächsten Mal dabei sein willst, einfach jetzt kommentieren. Gewonnen hat der Kommentar von Mr. Ubert. Ich fühle genau gleich und mit Matthias. Der ***-Zustand ist das Wichtige. Unabhängigkeit, habe das mit Immobilien aufgebaut. Herzlichen Glückwunsch Mr. Ubert. Schreib mir eine E-Mail an info-at-geldschonbad.de in deine Adresse und ich sende dir ein Exemplar zu. Ich verlinke dir jetzt hier mal ein Video, wie du heutzutage eine Website erstellen kannst, dass du einfach mal siehst, dass es gar nicht mehr so wild ist.